Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu The Let's Play Super Mario Bros. Wanda. Die Bonusfolgen. Die nächste, es werden wirklich viele Bonusfolgen. Bonusfolge mit dem lieben Raunigl. Wir sind dabei, das Spiel auf 100% auszuspielen, weil wir dann einen Speziallevel freischalten. Wir machen das Ganze nur, um einen beschissenen Speziallevel zu freischalten. Der so schwierig ist. Natürlich, was das Spaß macht, auch klar. Aber der soll so schwierig sein, dass wir 30 Folgen brauchen, bis wir den clearen oder so. Keine Ahnung. Alleine für den Level. Ja, und da sind wir gerade auf dem Weg im Wölkchengebirge, im zweiten Gebiet. Und ich bin kurz und fertig. Ich glaube, zwei Level gehen noch ab. Das ist ein Zeitlevel. Mal gucken, was da abgeht. Wölkchen Arena. Ja, wenn euch das ganze Projekt gefällt, könnt mich gerne unterstützen. Ich sage jetzt schon mal Danke für die Likes, für die Kommentare. Und kostenloser Abo auf dem Kanal. Gönnt euch. Ich habe einen Nintendo-Kanal gemacht, ohne dass ich es wollte. Das wäre mehr akkommend. Let's go. Wir sind im Nintendo-Hund. Sieg ihr alle Gegner? Ja, in der Zeit. Ich nehme eigentlich einen, auch. Ich nehme immer den Elefant. Der Elefant ist gut, aber ich nehme... Und wenn er Brau ist... Ne, 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 nee. Weißt du was gut ist? Oh ja. Und dem Brau ist es dann immer beim ersten Gegner. Ja genau, der erste Gegner. Was kommt so beim iTunes weg? Dann kannst du eh schon von einer Unbebretung gehen. ja genau das war das mitbekommen beim ersten gegner ja genau wie du es geteasert hast beim ersten gegner weg schmutz abwarten ist wieder zurück ja wir müssen oben zurücklaufen die hammerdinger glaube ich was was 50 das vor 85 wir haben 86 da kracht komplett wir haben einfach 35 sekunden schneller als eine halbe minute das haben wir jetzt let's go jetzt kommt rätselversteck das habe ich gar nicht gemacht doch 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 aber ich und ich und nati haben gar nichts gefunden da müssen wir so komische dinge finden ich schwörste das war bruch das gibt es im let's play gibt es das sucht so fest das ist ja das ist richtig beschissen ich hab ich hab's nicht gefunden ja alles gut alles gut tschüss die mannst ok 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 ich kann mich erinnern wie hier die mussten schieben hat er hat er nicht nicht endlich irgendwo speziell immer ein bisschen immer ein bisschen eine spezielle position aber muss ja irgendwo das sieht so aus wie wenn es einfach in die mitbegriffen das gibt es nicht wir probieren alles ja normal aber du kannst ja nicht ohne grund schieben ich wusste dass da eins ist zum letzten mal das war's das tut so weh so und der letzte war ich könnte schwere das ist ja nicht ohne grund so oder das ist ja in einem anderen erzählen ja genau beim letzten den letzten hatte ich auch nicht da haben wir auch gegeben die suche wirklich ja ja damals müssen wir noch schauen wir hier noch etwas haben hier ist ja nichts mehr warte mal oder muss man jetzt mit das ist es muss sein das ist das muss sein Das kannst du mir nicht erzählen, oder? Genau, und deswegen habe ich das Level damals abgebrochen. Nee, ich wollte nicht. Schieb mal mit mir. Mit dir. Ja, vielleicht können wir die... Ich kann nicht. Wo kann ich das nicht schieben? Aber jetzt sieht es ja mit der dunklen Stelle irgendwie so aus, als wäre... Was ist hier irgendwie so? Was ist jetzt? Ja, jetzt. Nichts. Nichts. Und gleich hier, wenn es hier so pekan aussieht... Geh rein da, du Drecksröhre! Geht's auch mal wieder dran? Du kannst ja nicht nur wegen dem... Erwisch ich den Block so auch. Okay, der Rettisch. Kann man das jetzt gemeinsam verschieben, wenn wir bloß sind? Nee, der hat nicht mehr Kraft, oder? Kann sein. Man kann auch nur einer schieben, als du siehst. Warte mal, die steht da. Das müsste jetzt nur Dinge passen. Kann man sich dann anderen orientieren? Bitte? So. Ich hab mir gedacht, vielleicht geben die irgendeinen Hinweis hier so, ne? Hier sind zwei, hier sind drei, eins. Soll das sein? Zwei, drei, eins. Dass ich das nicht verschieben bin, triggert mich so hart. Dass ich das nicht verschieben bin, triggert mich so hart. Das ist eigentlich eine kleine Flüge verschieben. Das ist auch immer alles so in der Mitte von den Dingern. Warte mal. Mit hier. Hier so. Nee, ist noch ein bisschen zu weit. Sorry. Was ist denn? 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 Keine Ahnung, Mann! Warum ist hier nichts? Ich weiß nicht, ich hab's nicht geboten. Kann man hier rausgehen, oder was? Alter. Aber jetzt weißt du, warum ich's Level geskippt habe, ne? Ja, ja, check schon. Aber ich kann mich noch erinnern, ich hab da voll lange mit der Röhre rumgeschissen, dass ich da, glaub ich, sogar reinkamte. Let's do. Wir müssen auf. Jetzt ist… Wir müssen auf. Wir müssen… Das war doch schon so. Ungefahren Glückwunsch, das ist doch ungefähr… Weck, lass ich mal gehen, dann. Das will schon… Wie, könntest du die da hinten? Gerade auch nicht? ja das heißt irgendwo hier muss noch immer sein oder warte mal jeder war der letzte oder das ist jetzt der zweite ja 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 das ist crazy oder das heißt was war der dritte oder der zweite hier sind ich bin ja gestorben weil ich die krone nicht hatte und jetzt kommen wir um mit der röhre raus und deswegen hat es nicht funktioniert das ist so doof das ist wirklich geht ja ist ja gut so gut ich glaube genau das was für eine belohnung einfach 100 blumen mützen alter schloss jetzt das ist sexy hier können wir durch ein ist das nur das erste jetzt gewissen mit drei lebenden glaube ich waren die was nicht gegen das ist wirklich sexy wenn am schluss der spezialle nicht kommt dann kicke ich alles hier um dann schlag alles kaputt und ich laufe ja kannst du was das wollen weil ich springe mit uns wir müssen nur nach oben kommen ja jetzt kacke der kupa kommt ist egal ist nicht egal wäre das laufmängig ziemlich okay ebenso schnell laufen es wäre du kannst eigentlich nicht mehr verlieren wo der klärt der klärt doch nicht Boah, oder? Ah, okay. Ich traue dir irgendwie jetzt nicht. Oda! Was ist da oben? Okay, krass. Achtung! Ah! Let's go! Ich dachte, ich kann noch viel rauchen. Ja. Warte. So, bist du ready? 3, 2, 1, dance. Max! Oh mein Gott, Ron, ich liebe dich. Sehr gut. Ich wollte den Level nicht nochmal spielen. Das ist so trash, der Level. Hüpft, es darf gehüpft werden. Awww. Jibbi! Was ist jetzt? Aber tust du das vorlösen? Ja, mach mal. Pump! Ah, der geht mir richtig auf dir an. Hey, die letzte Münze. Oh Gott. Hey, du, hey! 1, 2, 3, 4, was? Du gehst so auf den und der. Der hat die letzte Münze. Letzte Münze. Oh, Keller-Test. Hey, wir haben doch noch ein bisschen. Aber das geht jetzt schnell. Aber die Map ist auch ziemlich klein. Also gibt es nicht viele Maps. Allgemein sind sie auf dem Level. Okay. So was? Oh, wir haben doch was. Oh! Oh! Biggie! Schmeißt du hier? Ja, genau. Du musst sie dagegen schmeißen. Warst du? Ja. Nicht verbunden. Nein. Das ist gut. Oh, das war's. Ich brauche die letzte Münze. Ja, geh. Oh! 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 Ich bin hier artificial. Hier ist die Mitte. Oh, ich hab's irgendwie rübergebrannt. Ich hab's irgendwie rüber gekommen. Na, ich hab noch nicht. Oh mein Gott, ich hab's! Okay, let's go. Brauchen wir alle? Nein. Keine Ahnung. Okay, komm. Muss. Nein, wirst du rein. Das war gut, Entschuldigung? es ist ja umschmeißen müssen oder sterben dann sind wir im checkpoint dann geht es schneller müssen aufgeben das musste ich auch nicht das war komisch eine große dinge kommen das ist hier weil ich ins wasser springt weil ich der scherz bis mich poppt ja ich habe nicht wir brauchen das ich war kein elefant mehr du brauchst du wirklich ich dachte man muss elefant sein um die große schnecke zu nehmen und ich war es nicht mehr weil ich so nach vorne gerät schenkt ich bin rüst drauf springen ja sehr gut sehr gut jetzt haben wir bloß nach oben drücken ich war mir nicht mehr sicher ich war mir nicht mehr sicher ich will auf die seite springen brauchen wir nicht brauchen jetzt müssen wir müssen wir warten warten ganz oben oder müssen wir ganz oben ich habe nicht geschafft ich hätte erwarten können stimmt aber das will ich dann auch nicht dann will ich schon im ziel sein let's go clap in den chat ups clap in den kommentaren let's go alter einfach wuhu 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 wuhuer wuhu kanal mal wé wuhu w 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 Ich wollte den Elefanten gar nicht. Mit dem musst du rechtzeitig schießen. Den musst du hier so schießen. Warte, 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 warte. Das ist so geil. Das ist so wichtig und wichtig. Muss ich hier auch irgendwann rechtzeitig schießen, ja. Jetzt! Nöll. Tut mal, ob sie starten, bitte. Nee. Ich spinne noch um, oder? Oh. Danke, danke. Du schickst. Du machst das toll. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. So, jetzt dürfen wir nichts verpassen. Schieß das mal weg. Warte, warte, warte. Spring mal. Spring mal. Äh. Ich glaube, das war gar nicht gut. Ich glaube, wir haben den gerade vernünftig. Warte, ich mach das. Warte, warte, warte. Ich schicke mal, ich schicke mal. Ich chill noch kurz. Ich bin prêt. Ok, 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 ok. Welches nehmen wir? Ich nehme. Die goldene Mieter, ich gehe rechts oder so. Ok. So, ein bisschen. Ja, ich bin ... und hier so ran ähm hätte ich warten sollen ne du kannst komplex komplett sehr gut ok ok ist hier noch ein dritter Samen gewesen? kann ich nicht warte ja warte warte passen wir was er ist wieder da sag nichts warte warte nicht spring nicht spring nicht spring ja sonst verlieren wir ihn wieder die wollen dass wir springen jetzt ok 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 was macht der oh mein Gott keine Ahnung wir brauchen einen Ecke springen wir ihn ey warte 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 jetzt haben wir es yes ganz oben einfach einfach warte wir müssen pro sieben Turm springen ja komm ich schwörs genau so ich schwörs ich schwörs dir genauso nicht angeln thank you ich glaub so haben wir ein secret ausgang vergessen wir haben herzlichen Glückwunsch wir haben herzlichen Glückwunsch sorry ich bin schon dabei oh das wie geht das achso wir haben alle Samen aber wir haben es nicht zu 100% ok ok aber wir müssen 100% oder? geh mal auf B2 siehst du den hacken? jetzt das ja die erste Münze geht ab dann können wir durchrushen dann können wir durchrushen das schaut richtig schwierig aus ja dieses Violett macht mir ein bisschen Angst und der Pink das hat mir ein bisschen Angst gemacht Sounds gut die erste Münze warte mal lass unten gehen lass mal zurück gehen hier ok 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 nicht holen nicht holen nicht holen wanker frigo alles gut alles gut jetzt können wir rushen rush rush B fast B NEEE wir haben es einfach gezingst komplett let's go ich will noch mal jetzt das singen hey wir brauchen nicht die Handlungplatz gespeichert ich schau wieder auf dich lauf ok krass hehehe ich hole gar was schau nachdem wenn sie hier rüber gehen und dann machen sie so ne Biege mach ne Biege Fliege du Arschloch wir könnten ja auch ein bisschen langsamer machen ich glaube wie gießt du da eigentlich das ist kein Staub ok das ist ähm eine Farm eine Farm von mir ok hehehe ja bin rein let's go hehehe wie hätte ich einfach mitlaufen oi bist du springt da nicht ich hab keine Ahnung warte Ronny warte Ronny warte Ronny hehehehe schau sie machen so acht das Ultima Tiefen er fliegt hehehe hehehe hui 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 kommst du nach? jaja bin nach let's go ooooh wach dicht ich hab das Ding hehehe ich bin alle da hehehe Alter das macht zu spass ja ich schwörs dir das durch Rush macht zu spass das macht zu spass das fühlt sich so gut an ich hab keine Ahnung warum joho joho jippie jippie der Typ kann man den nicht skippen oder so? nee haruru sagt er haruru so let's go let's go letzte Münze und Fahne das machen wir noch das packen wir noch in die Folge ich hätte ich nur nach oben gehen schu ja aber abflustest nicht drücken letzte Münze und Fahne oh mein Gott ready ja wie komm ich kann ich nicht ok krass ich komm schon einfach locken ich glaub ich kann die hab ich da nicht so wisch nee nee ich bin die Drecksblumein die Drecksblume die Drecksblume alles klar what the fuck whhh hhhh nee es war zu früh doch nicht ahhh tja ist ja wieder Minuten ist dann ist jetzt wieder es war zu früh oh wo gehts dahin weh gon ahhh ahhh das war Kartnachzufall Let's go ich bin jetzt runter los 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 loves heess wo ist die blume aber wir haben die das heißt wir dürfen nicht erwischen und dann das wäre ein cooles abschluss gewesen einfach dass wir das so schaffen aber jetzt packen ich es noch rein in die folge dann sind wir mit diesem gebiet fertig so verstehst du dann können wir nächste folge das nächste gebiet willst du gerade erklären du machst jetzt eine extra lange folge damit wir das noch reinpacken können ja extra lang nicht aber 30 minuten schon banger ja und alles über 30 minuten ist reiner luxus ja genau der denkt nur an euch immer warte der letzte münze wo kamen die komische dings ich kann nicht kann nicht alles gut alles gut jetzt habe ich es gehofft jetzt habe ich es gehofft jetzt bist du wieder da ich habe es gechingst du hast es da wo ich bin hast du gesehen nicht leider wir haben die letzte münze ja gar nichts ja nicht ja nicht bis später bis später peter fällt doch auf das ist der erste übersprung oder ja ich wollte im ersten leben aber er wollte nicht wir haben es leute ja ich habe nicht mal eine minute gedauert ja gültenfäller zwei minuten hat es gedauert gültenfäller sind am start wie heißt es gültenfäller oder gültenfäller ja wir haben es fertig let's go dann sehen wir uns in der nächsten folge in der wolkenlosen wüste was für ein abfluss see you danke fürs gucken wir sehen uns wir sehen uns